wie geht leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge heute auf jeden fall werden wir ein parkour wieder spielen wie der letzten aufnahme orkan hat uns heute eingeladen ich bin gespannt was für ein parkour das ist ich weiß es nicht was der orkan uns hier heute eingeladen hat aber wir lassen uns einfach drauf ein zum parkour ich habe zu fuß ich glaube das ist zu fuß ah soll ich sowas liebe ich sowas ist geil sowas ist geil da zu fuß hammer mal gucken also fängt jetzt schon so schwer an alt habt ihr es gesehen man muss darüber einfach ja was ich mache immer ich mache immer denselben fehler aber manche sind schon oben muss ich mir anschwung oder was ich glaube ja ok müssen wir einfach nur mehr anschwung boah das war jetzt richtig knapp ne zack zu fuß oh ne da musste man immer richtig langsam hier rüber passt schon oh hier kriegt man strom schlag außen oh nein wir wurden nein was machst du charakter man dann kannst du mich echt immer einladen sowas finde ich hammer macht auch spaß man willst halt schaffen 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 nur manchmal geht es einfach nicht ja das ist das ist hier einfach geworden da vorne geht es auch noch langsam jungs habt geschafft ja so ein arsch ne das gibt es nicht unser top spender hier unser orkan ja das ist hier wieder einfach ja ja lol nicht schubsen keine angst du kommst auch noch dran gut das hat mich in der tuch gefordert so zack die kommen ich dachte ich habe sie gerne vor kein problem hauptsache ihr drängelt nicht genau langsam hallo mein killer freund feind freund das war jetzt weiß ich wollte gleich wieder angehalten damit ich habe es geschafft meister kann ja auch kann na das kannst du kannst es doch nein nein Nee, das ist ja langweilig Wir könnten mal solche Spiele gerne machen Mit Jett und sowas Aber nicht, das ist ein Parcours Man hätte hier auch mehr Zeit einstellen können Weil so 10 Minuten Dann bist du unter Druck Dann würdest du das richtig schnell schaffen Aber kannst du gar nicht so schnell Also, Orkorn ist schon ganz oben Nice, so schwer ist das nicht, ne? Man muss sich halt konzentrieren Oha, Stromschlag Oh, Charakter Wieso fällt er jetzt genau runter? Glaube ich Da haben wir uns nicht so gut konzentriert Keine Ahnung Wo ist die Concentration, wenn man die mal braucht? Ha, tschüss Komm, ich würde es mindestens noch bis nach vorne schaffen Außer das denn jetzt Stromschlag Oh Mann, ey Wenn man es nicht mal einmal hier richtig Sich konzentriert Ich konzentriert Jetzt aber Zack Aua So, drauf, drauf, drauf Ich mach jetzt richtig schnell Richtig schnell Nein, ich so schnell hier Oha, schon helft den Weg hier weg Das kann auch mal helfen, ne? So Weiter Ja Ja Jetzt Jetzt schaffen wir das auf einmal Immer am Ende schaffen wir solche Missionen Bei mir ist es immer so Puta Herr Jet Komm her, Herr Jet Töten Sie uns, wenn Sie möchten Boah Okay Zieht ihn raus Zieht ihn raus Das war's eh Okay, das war's Haut rein Tschüss Tschüss